Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, heute bei Ihrem Familientreffen hier zum ersten Mal mit dabei sein zu dürfen. Ich habe schon gehört, einige freuen sich jedes Jahr auf diese Veranstaltung hier und ich kann so langsam verstehen, warum das so ist. Und diese Freude möchte ich auch nicht wirklich zerstören. Ich werde sie erst mal ein bisschen runterfahren, dann aber wieder hochfahren und zeigen, was tatsächlich alles noch so geht. Aber bei diesem Thema, meine Ambition, da bin ich ganz ehrlich, ist nicht nur Ihnen hier Wissen zu vermitteln, Vortrag zu halten, schöne Bilder zu zeigen. Ich möchte Sie heute gewinnen als Mitstreiter im Kampf gegen die Klimakrise, die momentan unfassbar eskaliert und die uns nur in diesem Jahrzehnt noch die Chance gibt, wirklich maßgeblich gegenzusteuern. Also ich möchte Sie wirklich gewinnen, dazu zu kommen. Ich werde Ihnen drei Perspektiven von drei unterschiedlichen Typen heute mal präsentieren. Einmal vom Klimafolgenforscher, dann kommt noch ein Ökologe und dann kommt noch ein Typ, den ich jetzt noch nicht verrate. Der Klimafolgenforscher ist naturwissenschaftlich orientiert, er ist systemisch, er ist großdenkend, er denkt global. Und dieses Globale ist auch relevant, weil die Klimakrise ist zum ersten Mal wirklich eine globale Krise. Und Sie alle haben Klimastreifen um den Hals heute. Hier sieht man die globale Entwicklung der Temperatur im Durchschnitt. Jede Säule ist die Durchschnittstemperatur global in einem Jahr. Und man sieht gerade seit Industrialisierung in den letzten 170 Jahren, wie wir es geschafft haben, die Temperaturen massiv hochzufahren und plus 1,3 global im Durchschnitt. Klingt gar nicht so viel, ist aber sehr, sehr relevant. Und das Bemerkenswerte ist, wir haben es geschafft, gegen einen natürlichen Trend der Abkühlung die Erde zu erwärmen. Die eingesetzte Grafik links zeigt Ihnen, dass ungefähr seit 1000 Jahren die Erde versucht, sich abzukühlen. Wir gehen in Richtung einer Eiszeit. Aber die haben wir schon aufgefangen, die war für 25.000 Jahre ungefähr geplant. Die fällt aus, wir haben schon überkompensiert. Wir haben tatsächlich alles, was wir brauchen. Das Wissen, die Methoden, die Anwendung, alles steht in diesen drei wunderbaren Bänden her. Diese Trilogie des UN-Weltklimarats, des IPCC, enthält alles, was wir brauchen. Was ist der Zustand der Wissenschaft in der Atmosphäre linksaußen? Was passiert heute schon als Konsequenz? Der Band in der Mitte. Und das Wichtigste für uns, ganz außen rechts, Mitte gleich, das Gegensteuern. Was können wir heute machen, um das Ganze noch aufzufangen und das Klima auf einem zwar fragilen, aber auf einem gewissen Niveau zu stabilisieren? Interessant ist auch, dass die Erwärmung, diese Durchschnittserwärmung, die Durchschnittszahlen verschleiern immer gewisse Details, die für uns wichtig sind. Die Erwärmung auf Land ist wesentlich schneller als in den Ozeanen. Die Ozeane haben einen Großteil der zusätzlichen Wärme, die wir über klimaschädliche Gase eingefangen haben, haben die abgespeichert. Nämlich ungefähr 90 Prozent dieser Wärme. Ohne diese massiven Mengen an Wasser, die wir auf unserem Planeten haben, wären die Temperaturen auf Land schon längst durch die Decke gegangen und wir würden hier gar nicht mehr sitzen. Also wir gehen davon aus, dass die Landtemperatur im Durchschnitt in Richtung doppelt so stark ansteigen wird, wie die in den Ozeanen. Und für uns relevant sind diese drei klimaschädlichen, menschengemachten Gase. CO2 linksaußen kennt jeder, Methan ist vielleicht nicht ganz so bekannt in der Mitte und Lachgas, was aus Düngerproduzierenden Prozessen mit rauskommt. Wichtig ist unten, was in gelb aufgezeigt ist, die Lebensdauer, die unterschiedliche Lebensdauer klimaschädlicher Gase. Beim CO2, was wir heute noch neu imitieren, da haben wir 100 bis 200 Jahre klimaschädliche Wirkung noch vor uns. So lange dauert das, bis es quasi zerstört oder absorbiert worden ist. Methan ist wesentlich schlimmer für uns in der Kurzzeitperspektive. Es lebt zwar in Anführungsstrichen nur neun Jahre in der Atmosphäre, aber in der Zeit ist es 32 Mal so effektiv, Wärme zurückzuhalten bei uns. Richtiges Problem. Und das sehen wir allen drei dieser Kurven, die gehen steil nach oben und wir sind jeweils auf Rekordwerten, typischerweise 800.000 Jahre, Millionen Jahre, dass wir solche Werte tatsächlich nicht hatten. Und die Temperaturen steigen massiv mit an. Die Wirkung selber, was machen diese klimaschädlichen Gase? Sie formen sozusagen einen kleinen Reflektor, ein Netz in der Atmosphäre und ein Teil der Wärme, die eigentlich wieder ins Weltall abstrahlen möchte als Infrarotstrahlung, wird eingefangen, wird zurückreflektiert auf die Erde und wir haben die Energiebilanz der Erde manipuliert. Und man sieht hier auf dieser Grafik, dass insgesamt die absorbierte Solareinstrahlung, dass der Anteil, der zurückbleibt, anstatt zu reflektiert werden, wird immer, immer größer. Das kann man ausdrücken in so und so viel Watt pro Quadratmeter. Das sind so Durchschnittswerte des letzten Jahres. Wir sind dieses Jahr teilweise schon bis auf zwei Watt pro Quadratmeter, die wir zurückhalten. Das sind ungeheure Mengen Energie, die wir eigentlich nicht haben sollten. Sie sitzen jetzt im Weltall und Sie schauen runter auf die Erde und jedes dieser Kreise ist die Erde und der Mittelpunkt ist der Nordpol. Und auch hier sehen wir die Temperaturentwicklung der letzten Jahrzehnte. Und je weiter Sie nach unten gehen Sie immer, der Grotanteil wird immer größer. Und interessanterweise, die Arktis ist für uns eine ganz, ganz entscheidende Gegend. Da ist nämlich die schnellste Erderwärmung zu bemerken. Und zwar im Schnitt ist die Arktis vier bis sieben Mal so schnell im Tempo sich zu erwärmen, wie der Rest der Welt im Durchschnitt. Und raten Sie mal, welche Region Nummer zwei ist weltweit. Ja, es ist Europa. Wir erwärmen uns am zweitschnellsten im globalen Kontext. Was in der Arktis natürlich relevant ist, das Eis schmilzt uns leider weg. Und zwar nicht nur das Eis auf den Gletschern, wie in Grönland zum Beispiel, sondern auch das Meereis um den Nordpolarmeer herum. Und Sie sehen die Grafiken links, rechts außen, zeigen gerade in rot die Zahlen für dieses Jahr. Wir haben massiven Rückgang des Eises, gerade auch in der Antarktis, auch wieder in der Arktis. Wirklich neue Rekordwerte in einer Art und Weise. Und Sie sehen den Abstand der roten Linie zu den vorherigen Linien. Das ist ein Riesensprung. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht nur ein kleines Inkrement, was dazu gekommen ist, sondern massiv viel. Das Problem des Eisschwundes für uns ist, das Eis ist ein Reflektor. Es ist ein Wärmereflektor. Wenn im Mai, Juni die Erde neigt sich im Nordpolarmeer Richtung Sonne, 24 Stunden Tageslicht, 24 Stunden Sonneneinstrahlung. Solange wir da oben Eis haben, kann dieser Reflektor ein Großteil dieser Wärmeenergie zurück ins Weltall reflektieren. Das Eis wird jetzt aber weniger, es wird dünner und unter dem Nordpolik tieflaues Wasser. Langsam kommt eine dunkle Schicht da. Wir behalten mehr Energie zurück. Also wir können uns nicht leisten, immer mehr Eis zu verlieren. Das ist für uns ein ganz entscheidender Faktor. Das mangelnde Eis in der Arktis hat heute schon Auswirkungen auch auf Mitteleuropa. Wenn Sie mal zurückdenken, die letzten Jahre, was wir an Rekordsommern hatten, Hitzeperioden. Das hat damit zu tun, dass wir fehlendes Eis in der Arktis haben. Der Normalzustand ist links zu sehen, eine polare Vortex. Wir haben quasi Höhenwinde, die schaffen es, die kalte Luft in der Arktis da zu halten, wo sie hingehört und von der wärmeren Luft im Süden getrennt zu halten. Durch die massive Erwärmung in der Arktis haben wir jetzt aber eine Situation, wo das nicht mehr eine kreisrunde Bewegung ist, der Höhenwinder. Die fangen jetzt an zu meandern. Die kriegen diese Einbuchtungen. Das ist wie bei einem Gartenschlauch zu Hause. Sie haben den angedreht und wenn sie dann aber ein bisschen knicken, dann kommt der Fluss zum Ruhen. Und genau das passiert mit den Höhenwinden, dem Jetstream und dann kriegt man diese festsitzenden Wettersysteme. Und hier ist nur interessant die Grafik ganz unten rechts außen. Das ist unser Hitzesommer 2018. Und wenn Sie da genau hinschauen, dann sehen Sie immer ein rotes und blaues Päckchen nebeneinander. Siebenmal diese Kombination, das ist die perfekte Welle. Das ist Welle 7. Und Welle 7 sorgt dafür, dass diese ganzen Wettersysteme nicht von der Stelle kommen. Und wenn wir dann unter einem Hitzedom sitzen, dann sitzen wir halt sechs Wochen da bei 30 Grad plus. Kein Wind, kein Wasser kommt rein. Das sind die Situationen, die wir uns durch steigende Temperaturen immer, immer wahrscheinlicher machen. Die Welle 7 wird keine Ausnahme bleiben. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Ernten zum Beispiel. Noch was anderes schmilzt in der Arktis, was für uns auch ein Problem ist. Der Permafrostboden. Das ist diese dünne Schicht da oben. Man sieht so eine Kante da, sechs, sieben Meter dick ungefähr. Das ist analog zu einer Tiefkühltruhe bei Ihnen zu Hause, wo der Deckel so aufgeht. Sie sorgen dafür, der Deckel ist geschlossen, keine Luft kommt rein, kein Wasser kommt rein, keine Verwesung. Das Zeug bleibt alles wunderbar erhalten. Jetzt haben wir über die Erwärmung in der Arktis diesen Deckel aufgemacht. Jetzt kann Wasser eindringen, Luft eindringen und jetzt geht es los mit Verwesung. Und diese tiefbraune Schicht, die Sie da drunter sehen, sind die nicht verwesten Überreste fossiler Wälder von vor Jahrmillionen. Und die fangen jetzt an zu verwesen. Und ein Nebenprodukt von Verwesung ist CO2 und Methan. Das ist diese 32 mal so klimaschädliche Variante, die wir gar nicht gebrauchen können. Wie weit das mit dem Auftauen des Permafrosts, mit der Methanproduktion jetzt schon fortgeschritten ist, sieht man hier. Das sind Rechtsaußenbilder aus Sibirien. Da gibt es eine wunderbare Zeitung, Siberian Times.com, die zeigt, was da so abgeht. Rechts oben, man sieht, die Erde bläht sich quasi auf, Risse entstehen. Und wenn dann im sibirischen Sommer der Blitz einschlägt, dann tut es einen gewaltigen Knall und dann bleibt so ein Krater übrig. Die nennen die da oben Pingos. Das ist eine Methanblase gewesen, die durch Blitzeinschlag dann ausgelöst wird. Dieses Phänomen, zum ersten Mal hat man das gesehen 2014. In den letzten Jahren waren es immer so um die 7500, 7600 von diesen Methanblasen. So weit ist das fortgeschritten. Im sibirischen Raum ganz besonders. Und das ist jetzt so der letzte Teil der schlechten Nachrichten, was auch der Golfstrom schwächt sich massiv ab. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass wir auf Grönland eine massive Eisschmelze auch haben. Und das Süßwasser, was von Grönland abläuft, kommt als Süßwasserlinse auf den Ozean, liegt oben drauf. Es ist nicht so dicht wie Salzwasser, es bleibt also oben. Und dann verdrängt es den Golfstrom immer weiter, sorgt auch dafür, dass die Meereszirkulation, die von Dichte getrieben ist, dass die auch nicht so voranschreitet. Und wir kriegen dadurch weniger Wasser an die westeuropäischen Küsten. Das ist eigentlich die Quelle unserer Süßwasserversorgung. Wir haben jetzt die ersten Modellberechnungen, die ganz klar sagen, es kann passieren, wenn es dumm läuft, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren spätestens den Golfstrom quasi verlieren. Da kommt diese Strömung zum Erliegen. Und was das für Mitteleuropa und Deutschland bedeuten könnte, ist ganz interessant. Weil bei uns geht dann tatsächlich die Temperaturspanne höchstwahrscheinlich weiter auseinander. Für uns heißt das trockene, sehr warme Sommer und trockene und teilweise sehr kalte Winter. Das heißt, bei uns kann die Temperaturspanne in einem Bereich von über das Jahr verteilt 80 Grad gehen. Das ist kein System, was wirklich für die Ökologie besonders hilfreich ist. Wenn Sie sich oben kurz anschauen, oben links die Liste. Das sind alles Beispiele, die ich gerade erwähnt habe, dass sie zumindest regional greifen. Und wir nennen das in der Klimawissenschaft klimatische Kipppunkte. Das sind Elemente, wenn wir einen gewissen Schwellenwert überschreiten, können wir dann es nicht mehr ausbremsen, es nicht mehr aufhalten. Und diese Mechanismen werden quasi selbstständig, selbsttätig. Und alle diese Kipppunkte liegen irgendwo im Bereich zwischen plus 1,5 und 2 Grad Erwärmung im globalen Durchschnitt. Wir sind heute schon bei 1,3. Wir wissen, dass wir über fehlendes Eis nochmal 0,2 wahrscheinlich dazubekommen. 1,5 werden wir dieses Jahr tatsächlich auch global zum ersten Mal reißen. Wir kommen an diese Eintrittspforte der klimatischen Kipppunkte. Es ist ein Klimasystem, es ist eine Welt und alles hängt miteinander zusammen. Es wird nicht funktionieren, dass man sich irgendwo ein schönes Grundstück in Neuseeland kauft und meint, dann betrifft mich die Klimakrise nicht. Es wird überall sein. Es ist global und es ist zum ersten Mal wirklich global in der Menschheitsgeschichte. Wenn Grönlandeis schmilzt, hat das Auswirkungen auf die atlantischen Strömungen, das hat Auswirkungen auf den Amazonas-Regenwald, das strahlt sogar ab in Richtung Himalaya, die Gletscher da. Es ist alles miteinander verbunden. Es ist eine Welt. Schauen wir uns mal an, was in den letzten Jahren passiert ist. 2022 war ein sehr extremes Jahr. Und ich habe oben rechts meine Grafik eingeblendet aus China. Und China hat im August letzten Jahres die bis jetzt dramatischste Hitzewelle der Menschheitsgeschichte erlebt. Das waren sechs Wochen so ein festsitzendes System, wieder auch durch den eiernden Jetstream da verursacht. In diesen roten Zonen hatten die Temperaturen von 32 bis 53 Grad für sechs Wochen. Und die 32, das war die Nachttemperatur ohne Sonneneinstrahlung. Unten rechts der Yangtze-Fluss, der drittgrößte Fluss der Welt. China hat darauf reagiert und da kommen wir gleich noch mal drauf, was die gemacht haben. Aber interessanterweise, hier wieder von der Perspektive des Klimafolgenforschers, die Extreme von 2022 waren mit einem natürlichen Kühlmechanismus im Hintergrund. In der Mitte der Grafik oben links sehen Sie eine blaue Zunge. Das ist kühler als normales Oberflächenwasser im Zentralpazifik. Das ist das sogenannte La Nina-Phänomen. Und La Nina kühlt tatsächlich im Durchschnitt so um ein Grad ungefähr ab, das Ganze. Das ist ein Teil eines natürlichen Prozesses. Wenn La Nina vorbei ist, was für drei Jahre gültig war, dann kommen wir in etwas anderes. Und das Gegenteil heißt El Nino. Und da sieht man jetzt eine rote Zunge im Zentralpazifik zwischen Südamerika und der australischen Küste. Und da ist eine Box eingezeichnet. Das ist für uns als Wissenschaftler die entscheidende. Diese El Nino 3.4, was da drin abgeht, bestimmt die klimatischen Verhältnisse weltweit für einige Zeit. Sechs, acht Monate mindestens. Und wir sehen, dass da gerade sich etwas aufbaut, was wir gar nicht gebrauchen können. Das sind die letzten Computersimulationen des australischen Büros für Meteorologie. Die kennen sich besonders gut aus mit El Nino. Die haben die verlässlichsten Modelle. Und da sieht man, dass über die nächsten sechs Monate mindestens El Nino sich weiter aufbauen wird und Temperaturen, also Abweichungen von 2,6, 2,7 werden da erreicht werden. Das ist ein Super El Nino. Der packt noch obendrauf zusätzliche Erwärmung über die Erwärmung, die wir über Rekordemissionen auch noch draufgepackt haben. Also was 2023 uns geboten hat, ist vielleicht nur ein kleines Vorspiel. 2023 ist in der Klimawissenschaft wirklich eine Zeitenwende. Und das ist jetzt nicht eine Zeitenwende à la Olaf Scholz, wo man ein paar Monate später nichts mehr von merkt. Diese Zeitenwende hängt. Die ist bei uns angekommen. Wir haben Sprünge, Temperatursprünge, die in der Art und Weise so noch nicht passiert sind. Und von dem Zuwachs an Temperaturen sehen die rote Linie wieder, wie weit die von allem anderen entfernt ist. Wir können aktuell in der Wissenschaft ungefähr 80 Prozent dieser Abweichung ganz gut erklären. Das sind 20 Prozent, wo wir nicht ganz sicher sind, wo das überhaupt herkommt. Aber es hat es so in der Form noch nicht gegeben. Und oben rechts ist eine interessante Grafik von einem der, sagen wir mal, der Großvater der Klimawissenschaft, James Hansen, der jetzt eine Projektion rausgebracht hat. Wir gehen weg anscheinend von einem linearen Zusammenhang zwischen Emissionen und Temperaturanstieg hin zu exponentiell. Das werden wir sehen, ob sich das wirklich so ausbildet. Und die gelbe Zone ist das, was 2024, 2025, wenn es so passieren sollte, ein zusätzliches Warnsignal für uns ist. Aber wir sind in einer ganz neuen Zeit. Und das sind nun mal zusammengefasst die krassen Abweichung für das Jahr 2023. Der Sprung, die Abweichung hat es so noch nicht gegeben. Das ist quasi wie ein Sechser im Lotto haben. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Für uns bedeutet das in den nächsten Jahren diese Art von regionalen Auswirkungen. Das ist alles ziemlich offensichtlich, aber alles, was wir hier schon an katastrophalen Auswirkungen hatten, hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen draufpacken. Auch die Ahrtal-Geschichte mit 200 Liter auf einen Quadratmeter, das werden wir wahrscheinlich bald überbieten. Jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Sind wir bereit, mit einem Risiko umzugehen, das uns sagt, mit deutlich über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit werdet ihr die Kipppunkte erreichen, werdet sogar darüber hinausgehen und müsst dann mit unausweichlichen, sich selbst verstärkenden Konsequenzen umgehen. Das ist analog, kommst zum Flughafen, steigst ein und oben sagt hier jemand, gerade mit dem Käpt'n gesprochen, wir haben eine 50-50 Chance, dass wir heute mit dem Flieger ankommen. Jeder normal denkende Mensch sagt, danke, tschüss und ist weg. Aber das ist die Frage, die uns als Gesellschaft gerade gestellt wird. Und das kann man hier ausdrücken, das kommt vom IPCC. Diese Tabelle sagt uns, was wir tatsächlich an Spielraum hatten, um das Klima bei 1,5 maximal irgendwie auszugleichen. Die oberste Reihe ist interessant, da steht die 1,5. Wenn wir nach rechts rüber gehen, da ist bei 500 Gigatonnen, ist eingezeichnet, ist 50-50 Chance unter den Klimakipppunkten zu bleiben. 500 Milliarden Tonnen CO2. Am 01.01.2020 war das die Zahl. Wir haben jetzt für die neue Weltklimakonferenz, die in zwei Wochen in Dubai startet, nochmal umgerechnet, was haben wir denn an Emissionen an diesem Budget sozusagen verbraten in den letzten drei Jahren und da kommt raus, 250 Gigatonnen sind weg. Wir haben in nur drei Jahren 250 davon gestrichen. Für eine 50-50 Chance sind wir bei 250, die noch übrig sind. Im aktuellen Rhythmus drei Jahre. Das war der Klimafolgenforscher, der rationale, global interessierte Mensch. Jetzt kommt der Ökologe. Der Ökologe verbindet, der denkt auch wieder systemisch, aber er verbindet Biologie, mit Chemie, mit Physik. Er ist auch mehr so am Boden, mehr Bodenhaftung, würde ich mal sagen. Und der Ökologe sagt, oh, diese Gleichung da mit Kohlenstoffbudget, wie viel darf man denn raushauen, bevor was passiert? Da fehlt ja was in der Gleichung. Da fehlt eigentlich das wichtigste Element, nämlich die Qualität der natürlichen Ökosysteme auf unserem Planeten. Das sind unsere Kohlenstoffspeicher. Das Leben selber ist ein Kohlenstoffspeicher. Wir sind Kohlenstoffwesen. Und je mehr wir verlieren an natürlich funktionierenden Ökosystemen, umso weniger Spielraum haben wir noch mit den Emissionen, die wir haben. Das ist die große, das ist unsere Lebensversicherung. Und das ist der unterschätzte Teil, um den wir uns tatsächlich nicht besonders viel kümmern. Wir reden fast nur beim Thema Klima über Emissionen, aber die Qualität und die Funktion der natürlichen Ökosysteme lassen wir raus. Und hier ist diese Tafel wieder. Jetzt schauen Sie einfach mal rechts unten. Das ist der Unsicherheitsfaktor der IPCC-Berechnung. Wir wissen nämlich nicht genau, wie verlässlich natürliche Ökosysteme wie Wälder, Moore, das Plankton in den Ozean, wie die jedes Jahr funktionieren. Das schwankt ganz groß. Das ist abhängig von äußeren Umständen. Und da ist der Faktor, ungefähr 220 Gigatonnen ist das Spiel potenziell. Wenn wir das mit einbeziehen, dann haben wir eigentlich kein Budget mehr. Und deswegen, wenn ich heute höre von Klimaneutralität erreichen wir 2040, 2050, das ist sowas von illusorisch. Das ist überhaupt nicht in dem Zeitrahmen, den wir haben. In keinster Weise. Wir müssen ganz anders über den Naturschutz hier mitdenken. Wir reden oft über Biodiversität, Artenvielfalt. Und das sind dann Zahlenspiele. Wie viele Arten haben wir denn hier? Wie viele Arten haben wir da? Das ist artenreicher, also schützen wir das. Wir haben so ganz komische, irrationale Ansätze, das zu bewerten. Aber jedes Leben ist, wie gesagt, ein Kohlenstoffspeicher. Und jede Art hat auch eine Funktion im Ökosystem. Und beeinflusst ich das. Insgesamt ist es die Biosphäre, um die es uns gehen muss. Erhalten der Biosphäre. Und die Grafik oben links zeigt Ihnen, das sind die planetaren Grenzen. Alles im grünen Bereich ist, wir nutzen die Ressourcen in der Art und Weise, dass der Planet die ersetzen kann von einem Jahr zum anderen. Und Sie sehen hier, in welchen Bereichen wir das alles schon überschritten haben. Nicht nur beim Klima, sondern auch bei den Biosphären, beim Erhalt der Lebensgrundlagen. Das ist von Johann Röckström, dem Direktor des Potsdam Klimaforschungsinstituts, dieses Jahr noch mal aktualisiert worden. Sie sehen hier, das geht wirklich ans Eingemachte. Die UN-Nachhaltigkeitsstile sind immer diese 17 bunten Kacheln, wo jeder denkt, ach ja, das ist ja alles das Gleiche, gleichbedeutend. Wenn man die mal qualitativ sortiert, dann sieht man hier unten, dass Biosphäre vier dieser grundlegenden Sachen darstellt. Und die Biosphäre ist die Grundlage für unsere Gesellschaft, für Society zu funktionieren. Und Wirtschaft kann nur funktionieren in einer funktionierenden Gesellschaft, die aber auf einer intakten Biosphäre funktioniert. Diese Kausalität und die Zusammenhänge, das ignorieren wir viel, viel zu oft. Also hier ist mein Plädoyer einfach zu sagen, vielmehr auch die Natur mit integrieren in diese Aussagen, das ist Teil der ganzen Gleichung. Und jetzt kommt die dritte Perspektive und das ist für mich die allerspannendste. Das ist der Mensch. Der kann rational sein, der kann emotional sein, der kann sozial sein, aber er hat ein Problem, er weiß gar nicht, ist er wirklich Teil noch der Natur oder schwebt er irgendwie so da drüber? Das ist ein komplexes Wesen und es gibt jede Menge Überraschungen immer wieder. Und jetzt kommt die letzte Perspektive, der Mensch. Roger Williamson, ein fantastischer Philosoph, Literat, der leider viel zu früh verstorben ist, hat schon vor einigen Jahren seine Beobachtung gemacht über die Menschheit und ihre Irrationalität, wie sie mit Krisen umgeht. Und hat dieses wunderbare kleine Buch geschrieben, das sollte eigentlich viel, viel größer werden, hat er leider nicht mehr hinbekommen, aber ich kann das nur empfehlen. Das waren damals vor acht Jahren schon seine Schlussfolgerungen. Und da beschreibt er mehr oder weniger eine sehr apathische Gesellschaft, die gar nicht mehr hinschaut, die gar nicht, kein offensichtliches Interesse hat, sich selber sozusagen den Allerwertesten zu retten und das Ganze wieder zu stabilisieren. Und zwar nicht nur in Bezug auf Klimakrise, sondern auf alle anderen Krisen auch. Und der Titel seines Buches war Wer wir waren. Ich habe keine Lust, dass er damit recht hat. Ich möchte ein anderes Buch mit Ihnen zusammenschreiben in den nächsten Jahren. Das muss anders heißen. Und dafür müssen wir uns von einer ganz, ganz gefährlichen Technologie verabschieden, die die Menschheit schon seit vielen Jahren beeinträchtigt. Und das ist rechts außen die Scheuklappe. Die Scheuklappe ist eine wunderbare Sache, wenn man sich auf eine Sache konzentrieren will, man möchte nicht abgelenkt werden, wenn man im Kreis rumlaufen möchte, in einem Oval oder Kreis und ab und zu jubeln möchte, weil man als erster die Ziellinie hat. Ist das ein tolles Ding. Für uns als Gesellschaft, wo viele Dinge parallel laufen, funktioniert das überhaupt nicht. Aber wir laufen mit Scheuklappen durch die Gegend als Menschheit. Und die müssen wir ganz, ganz schnell loswerden, damit wir groß denken können. Es wurde schon angesprochen. Wie kann es sein, dass wir Silvester letztes Jahr bei 20 Grad hier rumgelaufen sind? Bei wem hat es geklickt, dass dieser Tag, er war zwar angenehm, aber das war eine Temperaturabweichung vom Soll im Bereich 15 Grad. Das soll so nicht sein. Das ist nicht 1,3 Grad Abweichung, das war 15 Grad Abweichung. Und so hat das Jahr 2023 sich eingeläutet. Da muss eigentlich bei jedem das Alarmsignal hochgehen. Im Juli hatten wir diese Nachrichten. Wer hat das großartig registriert? Der UN-Generalsekretär, Antonio Guterres, hat gesagt, globale Erwärmung ist vorbei. Wir kommen im globalen Kochen. Er hat Climate Breakdown als neuen Begriff quasi geprägt. Ab Juli diesen Jahres, weil wir so kranke Abweichungen hatten weltweit. Da reagieren wir kaum drauf. Unser Rekord September, den wir gerade durchgemacht haben. Wir haben uns hier über einen verlängerten Sommer gefreundet und haben gedacht, alles wunderbar. Aber rechts und links von uns hatten wir wieder ein festsitzendes System, hatten wir Tiefdruckgebiete mit Regenmengen, die biblisch sind, die unvorstellbar sind. In Griechenland haben die 500 noch was Millimeter gehabt, irgendwie in zehn Stunden teilweise. Hongkong dieses Jahr hat einen Rekord gebrochen, 158 Liter auf dem Quadratmeter in einer Stunde. Das ist mittlerweile in der Atmosphäre drin. Und wir machen immer noch, alles andere ist genauso wichtig wie Klima. Nein, ist es nicht. Es geht ans Eingemachte. Auch hier die Abweichung wieder. Durch die Erwärmung kann die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit aufnehmen und wir haben Rekordfeuchtigkeit in der Atmosphäre, aber nicht unbedingt auf Land. Und wo das Zeug runterkommt, das können wir nicht kontrollieren. Und wenn das nur ins Meer abregnet, haben wir alle gar nichts davon. Also Dürre auf Land kann tatsächlich genauso passieren wie massive Überflutungen. Wir werden auch nicht darum rumkommen, dass Wasser bei uns das neue Gold werden wird. Wir werden immer wieder häufiger Dürresituationen haben. Und hier sind ein paar Zahlen der Vereinten Nationen wieder mit drin. Das wird eine Mangelware. Ganz klar. Sind wir vorbereitet auf das, was kommt? Reagieren wir adäquat? Leider wieder nicht. Wir reden noch nicht mal seriös über Anpassung, wobei das ist soweit okay, weil Anpassung muss immer mit gleichzeitigem Gegensteuern kommen. Die Grenzen der Anpassung sind einfach da und wenn wir das nicht realisieren und tun so, als könnten wir uns anpassen, dann verarschen wir uns selber so ein bisschen. Rechts diese Grafik finde ich hochinteressant. Das ist ein Statement aus den USA. Da sind die Versicherungs-, die großen Versicherer, die Rückversicherer mittlerweile soweit, dass die Karten haben, Risikokarten, die sie ausschwärzen, wo sie sagen, in dem Gebiet versichere ich gar nichts mehr. Risiko viel zu groß. Und damit ist jede Immobilie in diesem schwarzen Bereich ist quasi entwertet worden. Keiner ist mehr bereit, das wirklich anzupacken, das zu versichern. Und wenn das dann über Kredite finanzierte Sachen sind, dann bahnt sich da eine Immobilienblase an, in der Art und Weise, die 2008 als Pille-Palle aussehen lassen wird. Und das passiert weltweit. Schauen Sie sich die Risikoberichte von AXA an, von München her Rück, wie sie alle heißen. Da sieht man, was die Klimakrise heute schon an Auswirkungen hat, in einer eskalierenden Situation. Wir wissen durch Forschung, dass eine gestresste Wirtschaft, wenn dann noch Klimafaktoren oben drauf kommen, dann ganz besonders schlecht damit umgehen kann. Also auch finanziell wird das große Auswirkungen haben. Wer ist daran schuld? Das ist keine Schuldfrage hier, es geht darum, es ist eine systemische Sache, aber wir sind mittendrin. Die hell erleuchteten Bereiche, das sind die großen Quellen der CO2-Emissionen. Und da sehen wir nun mal Deutschland, Mitteleuropa, wir sind mittendrin. Wir sehen hier die Schifffahrtslinien, wir sehen die Flugrouten, all das, was relevant ist für die Geschichte. Wir müssen das bringen. Wir wissen, dass der Energiesektor maßgeblich das große, für uns die große Hebelwirkung hat. Fossile Energien müssen weg. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Das ist drei Viertel der Emissionen kommt durch Nutzung fossiler Energien. Der Pfad, den wir gehen müssen, das ist rechts hier dargestellt. Diese Kurve muss ganz, ganz schnell fallen. Wir reden hier von 60, 70 Prozent Emissionsreduktion in diesem Jahrzehnt, um eine halbwegs Chance zu haben, bei dieser 1,5 ein bisschen länger zu verweilen und nicht drüber hinaus zu schießen. Zwei, drei Prozentchen hier und da bringt uns gar nichts mehr. Die Zeiten für Increments, für kleine, kleine Geschichten ist vorbei. Wir haben jetzt die Weltklimakonferenz wieder in einigen Wochen. Also größer könnte die Phase nicht sein. Der gute Mann in der Mitte ist für mich ein absolutes Phase of Evil. Das ist der Präsident, der CEO, also der CEO von Adnock. Das ist einer der zehn größten Ölproduzenten weltweit und er ist der Präsident der Weltklimakonferenz. Leider kein Witz, tut mir leid. Adnock ist die Firma, die die größten Ambitionen hat, die Ölproduktion noch weiter hoch zu fahren. Die haben sich ein Ziel gesetzt, Ölproduktion um mindestens 50 Prozent zu steigern bis 2030. Komplett das, was wir nicht brauchen. Und der ist in charge jetzt von dieser Konferenz. Also ja, perverser geht es nicht. Ich habe keinerlei Hoffnung, dass da irgendetwas rauskommt für die Geschichte. Die fossilen Industrien haben diesen UN-Prozess komplett unterwandert und die callen die Shots mittlerweile da. Von daher wird nicht das kommen, was wir brauchen. Die Ölindustrie hat letztes Jahr verdient wie noch nie zuvor. In ihren oftmals hundertjährigen Geschichten und so weiter haben sie Rekordgewinne gemacht, die sie so noch nicht gesehen hatten. Die Mengen an Öl und Gas, die zur Verfügung standen, waren dieselben. Es gab keine Energiekrise. Die haben einfach nur anders zugelangt. Die Profite sieht man hier. Und jetzt gibt es eine interessante Studie der OECD. Die Inflationsrate, unter der wir die letzten 12, 18 Monate jetzt massiv leiden, ist zu 70 Prozent über die hohen Gewinne der fossilen Industrien zu errechnen. 70 Prozent der Krise, die wir spüren in den Portmarnien, ist ausgelöst durch Öl und das Mitnehmen von extra Gewinnen. Die machen tatsächlich, und man muss es so platt sagen, an allen Ecken und Enden alles kaputt. Unsere wirtschaftlichen Strukturen wie auch die klimatischen Strukturen. Auf unserem Planeten ist kein Platz mehr für fossile Industrien. Zum Glück steigen die Investitionen in saubere Energien, in Clean Energies. Allerdings ist es leider noch viel, viel zu wenig und hauptsächlich wird der Zubau finanziert, aber auf der Seite der Gleichung verschwinden leider die fossilen zu wenig. Das ist immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir wissen, dass wir es besser können. Im Strombereich auf jeden Fall. Deutschland kann klimaneutral in dem Bereich sein bis 2030. Und zwar für ungefähr die Hälfte der Kosten, die wir ausgeben für das Einkauf fossiler Energien. Wir haben alle Methodiken. Wir haben die Integrationsmöglichkeiten mit einer Landwirtschaft, die unter der Klimakrise viel, viel mehr leiden wird in Zukunft. Erneuerbare Energien bei der Landwirtschaft kann ein Standbein sein, was Langzeit ihre Existenz sichern kann. Zum Glück passiert das immer mehr. Letzte Woche in Hannover gab es zum ersten Mal eine große, bei der Agrarmesse einen großen Drive, die Sache wirklich voranzutreiben. Da passiert viel Gutes. Lassen Sie uns kurz über China reden. Aber China, warum müssen wir alles machen? Die sind doch so schlimm unterwegs. Rechts außen die Grafik zeigt den Zubau von erneuerbaren Energien in China. Jeder gelbe Punkt ist ein Gigawatt, was die zugebaut haben. In einer Art und Weise. Es ist unfassbar. Wir hatten wie gesagt diese große Hitzewelle da letztes Jahr. Drei Wochen später war der große Kongress der chinesischen Volkspartei. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass das keine demokratische Struktur ist. Given. Aber die haben beschlossen, dass in fünf Jahren 875 Gigawatt Erneuerbare dazu gebaut werden. Und die sind jetzt dabei und wir betreffen ihre eigenen Ziele die ganze Zeit. Es ist jetzt wahrscheinlich, dass nächstes Jahr Peak Emission sozusagen in China sein wird. Und dann geht es rapide runter. Die Trends sind da, aber die laufen uns davon. Und wir gucken immer noch, ach China und dann können wir uns in Ruhe zurücksetzen. Was Erneuerbare angeht, China und die USA laufen uns gerade davon und Europa hängt so ein bisschen hinterher. Abschließend ein paar kleine Kommentare. Ich will nicht über Technik groß hier reden, weil da sind sie die Experten. Wärmepumpe. Steht im International Energy Bericht mit drin. Ist eines der Tools, die wir unbedingt brauchen. Es gibt nichts Effizienteres. Es gibt nichts Besseres. Und jetzt ist es sogar in Großbritannien bei einem Gaskonzern angekommen. Das ist die Website von British Gas, die in höchsten Tönen Wärmepumpen loben und sagen, kommt zu uns. Wir verkaufen die Dinger. Wir machen die Bewertung. Wir machen die Maintenance von der ganzen Sache. Da passiert gerade was. Passiert gerade was Besonderes. Und das ist wichtig. Großwärmepumpen, MAN-Pumpe, die musste nach Dänemark gefahren werden, nach Esbjerg, die erste große, musste da installiert werden. Heute hängen 100.000 Menschen mit ihrem Heizungssystem an dieser einen Wärmepumpe. Das Kohlekraftwerk nebendran konnte abgeschaltet werden. Bang, erledigt. Ein Grund für Optimismus. Rechtsaußen. Brauereien haben entdeckt, dass Wärmepumpen wunderbare, sehr effiziente Methode sind für die Brauerei. Das gibt uns doch Hoffnung, oder? Das Brauen wird weitergehen. Und es wird grün weitergehen. So, jetzt abschließend. Ich habe Ihnen jetzt drei Perspektiven von drei unterschiedlichen Typen dargestellt. Der Klimaforscher, der will Klimaschutz. Der Ökologe, der will Naturschutz. Der Mensch, der will Menschenschutz. Und alles ist genau dasselbe. Das hängt alles miteinander zusammen. Wir sind alle auf genau demselben Niveau. Und wir müssen das endlich anfangen, alles zusammen zu denken. Kommen Sie bitte raus mit aus dem Klein-Klein. Schmeißen Sie die Scheuklappen endlich weg. Wir haben noch eine Chance, aber nicht mehr lange. In diesem Jahrzehnt entscheidet sich alles. Ich war letztes Jahr an Exeter bei der Climate-Tipping-Point-Konferenz. Kleiner Tipp, jetzt im Dezember kommt ein Statusbericht der globalen Klima-Tipping-Points. Kommt raus, wird in Dubai präsentiert. Schauen Sie darauf, wenn das kommt. Das ist großartig. Bei dieser Veranstaltung haben die ganzen Top-Klimaforscher gesagt, wir kennen das System. Wir wissen genug darüber. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist einen sozialen Kipppunkt, der vor den klimatischen Kipppunkten ansetzt. Und der soziale Kipppunkt, das sind wir. Das sind wir alle hier. Die endlich sagen, okay, hab kapiert. Ist nicht mehr viel Zeit. Und mit Klein-Klein geht es auch nicht mehr. Es geht nur noch mit großem Denken, großem Handeln und jetzt. Und das ist, was unsere Aufgabe sein muss. Ich möchte mit Ihnen dieses Buch schreiben, wer wir sind. Wir brauchen die Vision des Möglichen und nicht die Illusion eines Weiter-so. Das funktioniert nicht. Wir brauchen Effizienz, Suffizienz und Intelligenz. Und wir müssen diese Realität, ich weiß, das hat jetzt vielleicht vielen wehgetan oder haben vielleicht doch gedacht, boh, wusste gar nicht, dass es so weit entwickelt ist. Ja, ist es. Das ist die Realität. Und die fordert uns heraus, Verantwortung zu übernehmen für die Sache. Aber nicht bitte allein als Individuum. Das funktioniert nicht. Wir sind soziale Wesen. Wir funktionieren dann und können uns gegenseitig in den Rücken stärken, wenn wir zusammenarbeiten in sozialen Strukturen. Deswegen das gemeinschaftliche Handeln ist absolut alles, worum es hier geht. Wir sind im Klima-Endspiel, ohne jeden Zweifel. Und ich möchte Sie auffordern, da mitzumachen in einer anderen Art und Weise, als Sie das vielleicht vorher jemals sich vorgestellt haben. Und eines meiner Lieblingszitate zum Schluss. Wenn du nicht an Wunder glaubst, bist du kein Realist. Lassen Sie uns das Wunder machen. Danke. Applaus Applaus